Hallo, Frau Lux hier. Da bin ich wieder. Jetzt möchte ich euch jemanden vorstellen, das ist wirklich Upcycling Deluxe, was der Mann macht. Und zwar das Label Wolfmade aus Frankfurt und dahinter steckt der Marcel Bourgeon und der nimmt sich alte Patronenhülsen zur Hand, bearbeitet die, macht die sauber und baut daraus Schmuckstücke. Jetzt kommt bestimmt wieder so der eine oder andere Patronenhülsen und Menschen und Tier geschädigt. Tatsächlich sind die Patronenhülsen, die haben eine ganz tolle Geschichte. Das sind Winchester-Hülsen, abgeschossen und zwar von seinem Vater, der nämlich Sportschütze ist. Und der hat irgendwann diese ganzen Hülsen gesammelt und gesagt, er ist eigentlich zu schade zum Wegschmeißen. Und Marcel hat die halt irgendwann gefunden und hat dann mit seinem Vater zusammen daraus angefangen, Schmuckstücke zu machen. Finde ich persönlich eine super Sache, aus so etwas wie einem Geschoss etwas so Schönes wie einem Schmuckstück zu machen. Da kommt dann nämlich in diese Patronenhülse unter anderem ein Bergkristall zum Beispiel rein, der gedämpft wurde. Und wenn die gedämpft werden, dann verändern die ihre Farbe. Die werden dunkellila oder violett oder bekommen so einen leichten Rotschimmer. Und dadurch entstehen ganz viele individuelle Facetten und somit ist jedes Stück auch ein absolutes Unikat. Von Wolfmade gibt es sowohl Manschettenknöpfe für den Herren in Gold, Kupfer oder Silber, als auch Ohrringe und eben schöne Ketten in verschiedenen Variationen. Eines dieser wundervollen Unikate könnt ihr jetzt gewinnen, indem ihr nämlich folgendes tut, an diesem Gewinnspiel teilnehmen. Marcel einen großen Gefallen tun und dieses Video teilen auf Facebook. Dann kommt ihr in den Lostopf und morgen wird der Gewinner ausgelost. Viel Glück. Ciao, ciao. Ciao, ciao.